Und hier sind wir wieder. Mit unserem kleinen schönen Inside. Diese Tür. Was wird sie tun? Oh, 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 oh. Okay. Sind sie alle tot? Oder wie? Es ist so ein geiles Sound-Design. So ein geiles Sound-Design. Und wir sind tot. Scheiße. Trotzdem, geiles Sound-Design. Toll. Whoa, knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Danke. Wir müssen also ernsthaft dem Sliden auch noch warten. Okay, krieg mal hin. Krieg mal hin. Fuck. Dies war zu lang. Käpt'n Obvious. Wow. Echt, einfach wow. Oh, no. Oh, no. Raus, raus. Raus da. Komm raus da. Irgendwie. Scheiße. Die rechte Tür ist bestimmt offen gewesen. Links war nichts mehr. Es sah links offen aus. Deswegen bin ich... Ich muss hier irgendwie raus. Wie komme ich jetzt hier raus? Nimmst du die Tür aufmacher? Okay. Okay. Das passt mit dem Wasserdruck nicht ganz zusammen, aber... Warum... Ah, okay. Wie eine Unterwasserbasis. Der Luftdruck verdrängt das Wasser. Also ist der Raum hier faktisch abgeregelt. Also, ich muss da hoch. Dumm. Dumm wie Brot. Das bin ich. Hallo. Mein Name ist Bernd. Jetzt bin ich ganz nah. Und jetzt bin ich ganz weit... Das ist doch toll. Ja, ich habe stundenlang geguckt. Mhm. Das wird zu wenig. Ich muss ein bisschen mehr Amplitude haben. So, okay. Oh, okay. Ich muss jetzt tatsammäßig da rüberspringen, oder was? Da hinten ist ein Kohleautomat, oder sowas. Also, unglaublich... ...fassendes Spiel. Erst das. Dann ganz fix das. Scheiße, zu lange gebraut. Nochmal. Komm. Obwohl. Brauche ich beide? Ich brauche doch nicht beide. Brauche ich doch das hier. Interessant. Aha. Oh nein. Oh nein. Nein. Das will ich nicht. Tut mir leid. Was passiert, wenn ich jetzt... ...so mache? Na gut. Ah, klar. Natürlich. Das Ding... Ach. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen. Das heißt, das muss zuerst... ...dann das hier. Dann ganz fix da hoch. Dann da. So. Okay. Okay. Alles hat einen Sinn. Ich will nicht in das Wasser. Ich will da nicht rein. Nö. Spiel. Tu mal das nicht an. Ich will... Ich will das nicht. Ich will das nicht. Okay? Fuck. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Hoch, 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 hoch. Oh, mit dir! So, wie komme ich jetzt da hin? Ich will mal schauen, wie ich hochschwingen kann. Alter. Ich komme nicht hoch genug. Weit genug, zumindest. Hoch, 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 hoch. Nein, nein, nein. Scheiße, scheiße. Das war's. Das war's. Fuck. Mist, verdammter. Ich sag jetzt, Mist, verdammter. Fuck, ist vulgärer Sprache. Das ist nicht gut. Ich sag jetzt, Mist, verdammter. Echt creepy, das Vieh. Echt creepy. Mist, verdammter, Mist, verdammter, Mist. Okay. Alles gut. Ich krieg langsam echt Hunger. Es ist um elf und ich krieg langsam echt Hunger. Ich wollte mir vor, ich wollte mir vor zwei Stunden Kaffee machen. Also abends, wenn ich nicht morgens. Ähm. Ja, muss wohl sein, oder? Ja, muss sein. Geronimo! Oh ja. Jetzt hier ganz wegs durch und jetzt muss ich irgendwie fliehen. Raus, 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 raus. Oh ja. Ähm. Nach links muss ich offenbar nicht. Nein. Also nach rechts. Rechts. Oh, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ganz, ganz locker. Das ist kein Ding. Bisschen Dead by Daylight hier. Ich weiß nicht warum. Aber wird bestimmt seinen Sinn haben. Und wenn nicht, scheiß drauf, wir können. Ah ja, doch. Wollte schon sagen, scheiß drauf, wir können baumeln. Was bringt uns das denn? Das hat uns nichts gebracht. Gar nichts. Nicht so wie ich es mache, zumindest. Ich kann aber auch nichts ändern, oder? Nee. Nee. Ich glaube, das wird jetzt unser Tod hier sein. Warum können wir das tun? Es muss einen Sinn haben, dass wir das tun können, was wir tun können. Das muss einen Sinn haben. Vielleicht kann ich ein bisschen abkürzen. Vielleicht brauche ich den Schwung dann beim Rückzu, um weiter springen zu können. Und solange wir die Wasseroberfläche nicht berühren. Nee, das ist unglaublich wenig. Was soll's? Probieren. Was anders hilft? Hilf uns ja nicht. Können wir es fangen? Können wir das Vieh fangen? Nee, können wir nicht. Geht nicht. Links, nach rechts, nach links, nach rechts. Das bringt uns zum Scheißdreck. Nee. Können wir das irgendwie locken? Bringt uns das irgendwie das Vieh zu locken? Oh, das war knapp. Es bleibt hier rechts. Jetzt bleibt es hier rechts. Bringt uns das was? Können wir es jetzt nach links locken? Dank des Hakens und dann irgendwie wieder... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Glaube ich. Jetzt. Ah, ja. Jetzt muss ich herkommen. Okay, ich verstehe. Du auch. So, nochmal. Kann noch ein bisschen. Okay. Es könnte jetzt gerade so reichen. Könnte aber noch ganz knapp gerade so nicht reichen. Ich muss jetzt mal. In ja, Schauensmoment. In ja, Schauensmoment. Okay. Äh, Luft. 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 Oh. Ich habe Hunger. Meine Fresse. Entschuldigung, ich wollte serios bleiben. Oh. Es kann nichts Schlimmes passieren. Der Druck hier drin ist so groß, da kann kein Wasser sein. Äh, wie dreh ich das denn jetzt? Wie mach ich das denn? Ach, ich drücke. Ich drücke einfach nur. Bitte, nein nicht schon wieder so ein Vieh. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Das Ding will ja ein paar Horrorelemente einbauen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, okay. All about timing. It's all about timing. Da sind schon ein paar Psychoelemente hier. Minimum Horror und ganz wenig Psyche ist schon mit drin hier. Fuck. Aber schaffen wir das wirklich? Wir müssen es. Also, ja. Wir müssen es schaffen. Ist richtig. Locken können wir das Ding nicht. Das ist schon da. Weiter weg geht es nicht. Müssen wir es schaffen. Müssen wir es schaffen. Irgendwie. Okay. Hm. Der Witz ist. Schaffen. Ach, natürlich. Natürlich schaffen wir das. Hm. Hm. Ja, ich komme auch erst. Ich komme erst dann drauf. Äh. Wenn es der letzte von euch auch schon begriffen hat. Aber ich spiele ja auch schon seit ein paar Stunden. So. Das könnte knapp werden, aber genau passen. Jetzt verschwinden. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Okay. Dann hier ein bisschen baden gehen. Nee, dann hier ein bisschen baden gehen. Raus. Raus. Yes. Nacktes Baby hat mich erwischt. Killed. Bye. Nacktes Baby hat mich erwischt. Okay. Aber so muss es funktionieren. So muss es funktionieren. Anders kann es nicht gehen. Und raus, 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 raus. Aus, raus, 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 raus. Mach ich denn was? Momente, in denen ich gerne ein MRT, ne, ein EKG hätte. Um mal zu wissen, wie meine Herzfrequenz so die ganze Zeit ist. Das Ding ist aber auch mies. Das ist langsam. Und dann in den letzten paar Meter beschleunigt das Urst. So, jetzt. Es muss passen. 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 Es hat gepasst. Okay. Jetzt. Was? Ich stecke fest? Ich hab Hunger. Ich hab einfach nur Hunger. Lass mich doch, du böses Spiel. Ich mach mir noch einen Kaffee ohne, ohne Kaffeein. Einfach nur für den Geschmack. Ich weiß es nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Okay. Also den Button ein Stückchen später drücken erst. Ich war ein bisschen zu früh dran mit dem Button. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. So, jetzt erstmal dran vorbeitauchen bis zur Hälfte des Körpers und erst dann drücken. So, jetzt müsste es... Jawoll. Jetzt brauche ich dringend Sauerstoff, sonst hat das auch nichts genützt. Okay. Und nun? Ach schön, hier gefällt es mir. Hier will ich bleiben. Na, 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 was? Nein, 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 das ist gar nicht. Nein, warum? Warum? Hm. Warum kann das Ding uns eigentlich runterziehen? Haben wir so gefragt? Und warum sehe ich das jetzt alles hier? Warum sollen wir das sehen? Was passiert gleich? Wird es uns irgendwie retten? Was nehmen wir in der Lampe mit? Das hat gerade was von Begräbnis hier. Farewell. Ja, da, ja. She once was a true love of mine Werden wir jetzt zum... Wir sind zum Fisch geworden. Wir sind... Sind wir lebendig? Ist das gerade hier? Passiert diesem Knaben das wirklich gerade oder sind wir... Sind wir ein Phantasma? Auf meinem alten Krankenhaus. Begraben in der Tiefsee. Ich denke gerade an das Wort Orkanus. Ich weiß nicht warum. Ich denke an das Wort Orkanus. Wollen Sie festhalten? Scheiß... Nein, 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 nein. Zu viel Zeit verloren. Noch mal festhalten. Und dann geht's weiter. Das wären fast unsere Füße gewesen. Und nun überleben wir trotzdem wieder an der Oberfläche. Okay. Suizidrate. Oh, 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 okay. Aber ich habe so einen Hunger. Ich muss jetzt eine Aufnahmenpause machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und sage mal auf bald bei diesem wirklich wunderbaren Spiel. Ich bin baff. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald.